Hallo ihr Lieben, auch dieses Jahr hat Elmwald wieder einen Adventskalender für euch vorbereitet und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Tisch Nummer 3 für euch zu lüften. Dahinter verbirgt sich dieses Ouija-Board, mit dem ihr ausreichend für eine Geisterbeschwörung vorbereitet werdet. Alternativ könntet ihr es aber auch als Küchenhelfer einsetzen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr einfach auf www.elpenwald.de gehen, dort im Adventskalender folgen und sobald ihr die Gewinnspielfrage beantwortet habt, landet ihr automatisch im Lohstopf. Da wünscht ihr natürlich allen Teilnehmern ganz viel Glück. mmm